Der Markenkonstrukt-Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Ich grüße dich, Norman Glaser hier von Markenkonstrukt.fm. Heute mal wieder ein Blogartikel von unserer Website www.markenkonstrukt.de. Der Blogartikel heißt, so funktioniert die digitale Transformation. Ermitteln Sie den Ist-Stand. Bevor es mit Veränderungen losgehen kann, muss erst einmal der Ist-Stand des Unternehmens analysiert werden. Wo steht das Unternehmen jetzt? Wo soll es in Zukunft positioniert sein? Auf Basis einer solchen Analyse kann eine umfassende und für das jeweilige Unternehmen maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategie entwickelt werden. Diese Strategie ist auch notwendig, um unerwünschte Insellösungen zu vermeiden und alle Abteilungen eines Unternehmens in den Wandel einzubinden. Identifizieren Sie sich mit der digitalen Transformation. Damit die Transformation in das digitale Zeitalter gelingt, müssen sich sowohl Führungsetage als auch Mitarbeiter eines Unternehmens mit diesem identifizieren. Obwohl gerade Digitalprojekte häufig von unten nach oben aufgezogen werden, muss der Impuls für die Digitalisierung von oben kommen. Denn nimmt das Management die mit dem Wandel einhergehenden Veränderungen an, ziehen erfahrungsgemäß auch die Mitarbeiter nach. Als besonders empfindliche Stelle hat sich erfahrungsgemäß das mittlere Management von Unternehmen herausgestellt. Nicht selten fürchten die Manager dort um ihre Position als Schnittstelle zwischen Unternehmensführung und Mitarbeitern. Hier gilt es, Aufklärungsarbeit zu leisten und dem mittleren Management einen Zugang zu den neuen Prozessen zu schaffen. Hier ist es auch wichtig, die Mitarbeiter in die Planung einzubinden. Diese sind im operativen Geschäft oft früher mit digitalen Veränderungen konfrontiert und erkennen Potenziale daher auch eher. Das Management ist nun gefragt, die Strategien für deren Nutzung zu liefern. Eine Stakeholder-Matrix ist ein nützliches Instrument, um die Rollen aller Interessenten und Unterstützer in der Organisation zu identifizieren und einen effektiven Kommunikationsplan zu entwerfen. Besonders wichtig, versuchen Sie die einzelnen Stakeholder nicht mit nackten Zahlen und Fakten von der Wichtigkeit des digitalen Wandels zu überzeugen, sondern nutzen Sie hierfür intelligentes Storytelling. Mit diesem kommt Ihre Botschaft nämlich viel besser an. Definieren Sie Strategieblöcke. Legen Sie fest, welche Ziele Ihre digitale Strategie haben soll und welche Möglichkeiten für die Umsetzung digitaler Prozesse Ihr Unternehmen bietet. Hierauf basierend bilden Sie Strategieblöcke, die dazu dienen, Projekte in den einzelnen Bereichen des Unternehmens abzuleiten. Darüber hinaus sollten Sie nun Kennzahlen definieren, anhand derer Sie später den Fortschritt beim Erreichen der von Ihnen gesetzten Ziele überprüfen können. Legen Sie konkrete Maßnahmen fest. Nun nimmt Ihre zuvor verfasste Strategie konkrete Formen an. Indem Sie Teilprojekte definieren, achten Sie gerade zu Beginn darauf, dass die Laufzeit der einzelnen Teilprojekte nicht über ein Jahr liegt. Auf diese Art können Projektziele rascher erreicht werden, wodurch den Stakeholdern wiederum zeitnah ein Erfolgsgefühl vermittelt werden kann. Kommunizieren Sie ständig Damit der digitale Wandel eines Unternehmens gelingt, kommt es neben klassischem Projektmanagement vor allem auch auf eine ständige Kommunikation mit allen Beteiligten an. Diese sollten unbedingt über alle Erfolge, Strategieanpassungen sowie Erreichung der Projektziele auf dem Laufenden gehalten werden. Integrieren Sie Digitalisierungsmaßnahmen Obwohl der digitale Wandel seinen Ausgangspunkt in der IT-Abteilung eines Unternehmens hat, betrifft er letztendlich die gesamte Unternehmensorganisation. Die Digitalisierung erstreckt sich daher über alle Abteilungen eines Unternehmens, wobei jedoch stets darauf geachtet werden sollte, den Mitarbeitern einen gewissen Freiraum bei der Nutzung digitaler Werkzeuge wie Software und Mobile-Technologie zu lassen. Untersuchungen nach wirkt sich diese Wahlfreiheit nämlich besonders positiv auf einen erfolgreichen digitalen Wandel, Wandel eines Unternehmens aus. Nichtsdestotrotz muss es im Unternehmen auch eine Instanz geben, die den Überblick sowie die Kontrolle über alle Prozesse bewahrt. Von dieser zentralen Koordinationsstelle müssen ständig alle Optimierungen und Integrationsprozesse bewertet und aufgezeigt, sowie den Mitarbeitern alle digitalen Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Blogartikel zum Thema digitale Markenführung findest du auf www.markenkonstrukt.de. Eine schöne Zeit und bis bald.